Rika Gamble, 30, Alex Eliak, 30, und Megan Scrapper liebten das Leben, und den Reiz der Gefahr sie suchten den Nervenkitzel und fanden den Tod. Die drei YouTube-Stars Rika Gamble, 30, Alex Eliak, 30, und Megan Scrapper, 29, kamen ums Leben, als sie nahe Vancouver, Kanada, eines ihrer waghalsigen Videos drehen wollten.Meghan ging dicht am Abgrund des Shannon-Wasserfalls spazieren. Doch sie rutschte ab und stürzte 27 Meter in die Tiefe. Als ihre Freunde Rika und Alexei das Unglück sahen, sprangen sie sofort ins Wasser und tauchten nach Megan. Beide wurden von einer starken Strömung mitgerissen. Alle drei konnten nur noch tot geborgen werden, berichtet ABC News. Der Shannon-Wasserfall in Kanada ist 30 Meter Hochfoto, courtesy of BC Parks Gregory Simpson. Das Trio war berühmt für seine gefährlichen Aktionen, und hatte ein großes Publikum bei YouTube. Den Channel High On Live abonnierten mehr als eine halbe Million User. Auf Instagram folgten den drei Abenteurern 1,1 Millionen Menschen. Im Januar mussten die drei für sieben Tage ins Gefängnis, weil sie einen bestimmten Weg im Yellowstone-Nationalpark nahmen, um dem Grand Prismatic Spring, der drittgrößten Thermalpfelle der Welt, näher zu kommen. Thailand will turn Thailand auf Google Plus per WhatsApp verschicken per Mail versenden. Thailand will dann nochmal nach